Jo Leute, ich habe mal eine Frage an euch. Ich weiß nicht ob viele von euch GKR 5 Online bieten, das erfahr ich jetzt einfach mal. Soll ich ein Video hochladen, wie ihr noch gut Geld verdienen kann in GKR 5 Online oder wollt ihr kein Video haben? Wollt ihr mich mal mega toll interessieren? Schreibt einfach einen Kommentar, ob ihr ein Video haben wollt oder nicht. Wenn die meisten Leute von euch ein Video haben wollen, dann mache ich natürlich ein Video, wie ihr noch gut Geld verdienen kann. Natürlich auf dem legalen Wege, wie man auf dem legalen Wege in GKR 5 Online gut Geld verdienen kann. Wenn ihr ein Video haben wollt, gebt einfach Ja in den Kommentar und dann mache ich ein Video und da erzähle ich euch gerne, wie ihr ein gut Geld verdienen kann. Weil nächste Woche Gongachers kommt ja neu ab gegen GKR 5 Online. Und ja, gab auch natürlich richtig viel Money, Money, Money. Und gebt halt Leute. Wenn ihr ein Video haben wollt, gebt einfach einen Kommentar. Und ja, ihr habt mich gelegen. Das Video hieß, ich habe eine Frage an euch und die Frage habe ich ja euch jetzt gegelt. Und ja, gebt einen Kommentar, ob ihr ein Video haben wollt, wie ihr ein gut Geld machen kann, geht ja online oder nicht. Gebt einfach einen Kommentar. Und falls ihr Hilfe braucht und Gold kriegt bei Apartment-Missionen oder Baris-Missionen, könnt ihr mir auch eine FA schicken. Mein PS4-Name ist in der Kanal-Info. Und ja, falls ihr Hilfe braucht bei Apartment-Missionen oder Baris-Missionen, Vorbereitungen, schickt mir einfach eine FA. Ich kann nicht immer gleich Kuford helfen. Das kann ich immer vorab gehen. Aber meistens helfe ich gern immer. Wenn ich Schalke habe, helfe ich. Wenn ich keinen Schalke habe, guckt mir ein Like. Aber mein PS4-Name ist in der Kanal-Info. Und ja, mehr wollte ich nicht gern. Und wenn ihr ein Video wollt, schreibt einfach ja einen Kommentar. Wir wollen ein Video. Ich zeige uns, wie das geht. Mit gut Geld verdienen geht ja online. Und ja, dann mache ich ein Video. Na gut, Leute. Ich freue mich gern. Wir hören uns. Ciao, ciao. Wow, wow.